also ich muss ja wirklich sagen lecker diese dörfler die können echt die besten sachen zubereiten seien es frische kartoffeln frische karotten oder ein ganz frisches hausbrot also das hat sich wirklich schon mal gelohnt lieber 1.14 und wir befinden uns gerade in eines dieser tollen neuen dörfern und hier sind sie die villager arbeiten sie haben sich alle eine arbeit gesucht und der farmer arbeitet und macht wunderbare speisen doch davon wollen wir auch etwas haben und heute meine damen und herren zeige ich euch wie ihr die ultimative minecraft food farm baut ihr baut eine maschine sozusagen die euch unendlich viel essen produziert mit der hilfe von villager in minecraft ihr solltet dazu allerdings ein bisschen wissen dass das ganze nicht mehr so einfach ist wie früher und es ein paar bedingungen gibt die erfüllt sein müssen und ich habe ein wenig herum geforscht ein wenig lange herum geforscht und selber überlegt wie designt man eine funktionierende farm die am essen produziert und ich habe ein design entwickelt auf das ich stolz bin und sehr zufrieden bin und das möchte ich euch heute gerne zeigen doch bevor ich das euch zeige möchte ich euch kurz etwas über die dorfbewohner erzählen und zwar ein dorfbewohner kann je nachdem ob sich ein arbeitsblock und ein bett in seiner nähe befindet entscheiden ob er einen beruf erlernt oder nicht setzt meinen dorfbewohner einfach so hin dann ist er erstmal arbeitsloser beziehungsweise sogar obdachloser falls er kein bett findet armer kerl such dir einen job so aber es gibt auch ein paar dorfbewohner die bereits einen job gefunden haben hier für den weizenfarmer ist es wichtig dass sich dieser kompost eimer in der nähe befindet und wenn er dann auch noch irgendwo ein bett hat wird dieser dorfbewohner automatisch zu einem farmer und macht nichts anderes als die ganze zeit was auch immer anzubauen sei es weizen sei es rote beete sei es karotten sei es kartoffeln all das könnt ihr mit der farm die ich heute zeige produzieren ihr könnt euch selber entscheiden was ihr haben möchtet so es gibt verschiedene tageszeiten und zwar wenn der tag beginnt stehen die dörfler erstmal auf und ab 2000 so ist der tag in minecraft eingeteilt also wenn die sonne ungefähr da steht vom aufgehen her fangen die dörfler an zu arbeiten und arbeiten bis zum tagzeitpunkt 9000 tics das ist wenn die sonne da steht dann hören die dörfler aufzuarbeiten und versammeln sich sie versammeln sich nämlich immer um eine glocke herum und bei dieser versammlung teilen die miteinander reden miteinander und und wie gerade gesagt sie teilen miteinander und zwar was nahrung das heißt die dörfler die nicht so viel nahrung haben bekommen nahrung von den farmern geschenkt also wir sehen hier den farmer der gerade etwas abgebaut hat und der wird jetzt gleich irgendeinem anderen seine nahrung geben ja und zum tag zur nacht dann gehen alle ins bett zumindest die die ein bett haben dieses prinzip wollen wir uns zunutze machen und einer raffinierten technik die villager sozusagen austricksen und jetzt meine damen und herren zeige ich euch wie diese technik gebaut wird ich werde die technik jetzt im freien bauen ihr könnt das ganze natürlich auch in den boden einbauen das allererste was ihr braucht ist eine kiste dort kommt dann euer ertrag heraus was ihr dann damit macht ist euch überlassen ihr kennt ja die techniken die immer noch funktionieren die es gibt sortiermaschinen lagersysteme etc das ist nun euer bier wie wird es gebaut als allererstes entscheidet ihr euch wo die farm gebaut wird und baut als allererstes diese form hier vor dann schnappt euch ein baumaterial mit dem ihr die farm bauen möchtet ich mache das heute jetzt mal aus stein und setzt den stein ja an die trichter und das geht nicht so leicht dafür gibt es den the job craft alt bekannten trick shift und leertaste gleichzeitig zu drücken das witzige ist macht man es in der luft da geht man gar nicht in die shift beuge die neue 1.14 ist aber auch wirklich anders als alles andere so wie dem auch sei mit shift und den ganzen anderen möglichkeiten können wir hier blöcke hinsetzen anschließend gehen wir hierhin setzen hier ein block hin hier ein block hin hier ein block hin und hier ein block hin sollte es zu schnell für euch sein was ich euch heute zeige haltet das video an und baut es in ruhe ab das hat ja euch youtube als möglichkeit gegeben so wir setzen hier eine schiene hier eine schiene hier eine schiene und dort eine schiene hin anschließend setzen wir einmal hier um das ganze stein oder baumaterial achtung nicht in dieses loch hereinsetzen ein trichter mein kart trichter mein kart trichter mein kart trichter mein kart wir brauchen insgesamt fünf trichter mein kart machen jetzt die schienen kaputt und die trichter mein kart müssten nun alle sich hier hinsetzen das heißt da haben wir schon alles richtig gemacht als nächstes bauen wir hier ein paar säulen nach oben und anschließend setzen wir hier ein stein hin hier ein stein hin da ein stein hin und dort ein stein hin nehmen einen kolben und jetzt ist es ein bisschen schwierig wir müssen diesen trichter also beziehungsweise ihr müsst jetzt halt gucken wie ihr es am besten macht ich empfehle es wahrscheinlich von der anderen seite zu machen einmal den kolben so einmal einen kolben so ihr könnt aber auch ihr könnt auch einfach einen kolben hier oben hinsetzen und da einen block dran setzen das ist kein problem noch mal hier und noch mal da müssen nämlich jetzt etwas etwas schwierigeres machen wir müssen nämlich jetzt in diese mein kart stein rein schieben und diese kolben ist jetzt lediglich einmal alle aktivieren schlüp 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 und dann reißt ihr das alles wieder ab was ist passiert seht jetzt dass sich das mine kart zusammen mit dem stein hier an dieser stelle befindet das heißt in diesem stein ist ein mine kart das heißt sobald ein item hier drauf liegt ist das item sofort weg es ist wichtig dass es so ist jetzt eben an die kleinen streber von euch ja ein mine kart kann auch durch einen block ein item hindurch saugen aber ihr seht bei dieser variante muss das item erst auf dem block landen ihr seht erst wenn das item auf dem block liegt wird es eingesaugt bei dieser variante wird das item eingesaugt noch während es in der luft ist ihr seht das item landet gar nicht auf dem block es wird eingesaugt noch während es in der luft ist das ist der erste trick ohne diesen trick würde diese farm nicht funktionieren anschließend setzen wir hier 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 und hier teppich hin warum teppich eine ganz besondere regel besagt dass wenn sich um ein mine kart drum herum teppich befindet dieses mine kart nicht mehr bewegt werden kann denn wenn ich jetzt an dieser stelle stehe könnte dieses mine kart eventuell verschoben werden und das darf nicht verschoben werden denn hier muss jetzt auch wieder ein mine kart hin also gesagt getan wir stellen hier einen block hin setzen auf den block einer schiene mine kart machen den block kaputt mine kart steht an dieser stelle anschließend über das mine kart einen normalen block dann einen kolben nach unten gucken kolben an aus abreißen fertig ah was mache ich da nein nein das war falsch das war falsch das war falsch also entschuldigt mich das war nicht richtig so also genau perfekt jetzt haben wir es geschafft jetzt haben nämlich hier steinblock darin ist das mine kart und das mine kart kann nicht aus dem block heraus geschoben werden wenn jetzt hier der teppich nicht hier wäre könnte das mine kart aus diesem block heraus glitschen perfekt als nächstes schaut ihr dass wir hier 12 blöcke nach oben gehen und dann setzt ihr darüber eine see laterne an dieser stelle hin anschließend schnappt euch aus dem inventar eine glocke eine bell und packt die genau unter die see laterne jetzt kommt man hier zwar hoch aber nicht durch ihr seht ich kann nicht von hier irgendwie weitergehen und damit haben wir den schwierigsten aufbau der farm geschafft als nächstes müssen wir die farm weiter bauen mit anderen worten wir machen folgendes wir können jetzt das ja abreißen wir können das abreißen wir können das abreißen das abreißen und machen nun folgendes nun gehen wir nämlich so zur seite und jetzt könnt ihr die farm beliebig groß bauen ich werde es jetzt mal auf dieser größe belassen so 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 dann sieht das ganze so aus das gleiche machen noch mal hier aber es gibt eine wichtige regel dabei so wie ich es jetzt baue ist es noch nicht ganz richtig denn jetzt haben wir das ganze schon mal so ausgebaut ist wir haben jetzt ein kleines x erzeugt aber das zum beispiel ist auch falsch die blöcke die berühren sich zwar nur an der ecke die bilden aber keine solide mauer das heißt ihr müsst jetzt einmal hier an jeden dieser steine noch mal einen weiteren stein dran packen dass hier wirklich ein durchgehen der weg gebaut wird okay das ist ganz ganz wichtig macht das auf jeder seite gleichmäßig dann funktioniert das auch anschließend beim letzten dort gehen wir zwei blöcke zur seite zwei blöcke zur seite zwei blöcke zur seite das machen wir quasi in jede richtung gehen wir einmal zwei blöcke zur seite dann sieht das ganze so aus wir füllen diese ecken so was wird es nur was wird es nur ein hakenkreuz nein natürlich nicht ich musste mir beim design dieser farm um klein scherzhafte anekdote zu sagen ich hatte ein design entwickelt das gar nicht mehr so schlecht war und ich musste feststellen dass dieses design tatsächlich so aussah und das war ein blöder zufall das soll natürlich nicht so sein okay gut dann anschließend einmal so 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 und so jetzt sollte das ganze so aussehen schaut von oben genau hin und baut es exakt so nach wie es jetzt hier seht wir haben diese kleinen pfeile alle in diese mitte zeigen das gebaut dann geht es jetzt weiter als nächstes bauen einmal hier das hier drumherum dann sieht das ganze schon mal so aus als nächstes schnappen wir uns dort aus dem inventar und füllen hier alles mit dort fast passt auf wenn ihr mit einem fiel command arbeiten wollt denn nicht dass ihr das minecart hier irgendwie überschreibt also dass sie das hier irgendwie wenn ihr mit dem fiel command arbeitet da nachher mist macht deshalb werde ich das jetzt mal eben ganz schön mit der hand bauen ihr seht das ist relativ einfach zu bauen ihr könnt diese farmer noch vergrößern also je größer ihr dieses x baut desto mehr ertrag gibt euch die farben und ihr seht die farben ist durch ihr design automatisch in vier abschnitte unterteilt das bedeutet wir können hier vier verschiedene sachen anbauen und je nachdem was ihr gerne angebaut haben möchtet könnt ihr euch dann frei entscheiden in welcher kammer ihr was anbaut ihr könnt quasi in einer kammer weizen anbauen lassen könnten einer kammer rote beete anbauen lassen könnten einer kammer potatoes anbauen lassen kartoffeln oder in einer karotten das ist euch überlassen oder ihr baut halt überall karotten an oder überall kartoffeln oder was auch immer das ist euch entschieden zu oder dass das könnt ihr entscheiden der nächste schritt der ist dann der folgende dass man hier glas reinsetzt überall heißt wir bauen ja eine glasmauer achtet darauf dass die mauer drei blöcke hoch ist und dass die mauer so aussieht wie ich es jetzt hier gerade demonstrieren in den ecken machen wir folgende form dass das ganze so aussieht auch das ist sehr wichtig dass ihr euch akribisch genau an diese form halte die ich euch hier zeige das ganze beschleunige ich jetzt einmal ganz schnell dann sind wir auch gleich schon fertig mit der farm ihr könnt ja während ich das jetzt gerade hier baue entweder das video vorspulen oder selber das jetzt gerade nachbauen mal gucken wer von euch schneller ist ansonsten das video einfach etwas verlangsamen youtube bietet ihr euch auch die möglichkeit ich glaube bei manchen handys funktioniert ich bin nicht sicher ob es bei jedem handy funktioniert aber am computer funktioniert es definitiv dort könnt ihr die wiedergabegeschwindigkeit des videos ändern wenn ich zum beispiel etwas nachbaue mal von youtube oder als ich das damals gemacht habe da habe ich dann auch mal die wiedergabegeschwindigkeit etwas langsamer gestellt dann ist es auch ein wenig einfacher so etwas komplexere sachen nachzubauen hier ist es auf jeden fall wichtig dass ihr ordentlich arbeitet ihr könnt wenn ihr wollt jetzt noch eine decke darauf setzen muss aber nicht also ihr könnt jetzt quasi dieses ding in ein haus verwandeln könnt meinetwegen sogar noch eine zweite etage daran anbauen nur passt dann auf mit den trichtern dass ihr das richtig anschließt tut das bitte nur wenn ihr euch gut damit auskennt ansonsten genügt auch erst mal dieses design wenn ihr mehr ertrag haben möchtet müsst ihr einfach das design größer bauen so und damit haben wir es geschafft als letztes fehlen noch ein paar kleinigkeiten im inventar einmal besorgt ihr euch jetzt irgendwie eine kleine stufe das kann alles möglich sein kann auch eine slab sein ihr besorgt euch wasser besorgt euch ein komposter ihr besorgt euch noch mal ein baumaterialblock und ihr besorgt euch ein bett das ist erstmal alles was ihr da benötigt soll jetzt machen wir time set night ich sorge mal dafür dass die ganzen villager jetzt hier verschwinden kill at e typ gleich villager distance gleich im umkreis von 20 weil die dürfen natürlich jetzt hier nicht stören denn jetzt gleich erkläre ich euch warum das so wichtig ist dass ihr die dass das jetzt hier in dieser nähe keine villager sind okay gut also jetzt setzen wir hier die betten hin aber die betten setzen aber dahin einmal dahin einmal dahin und lasst auch hier alles man könnte hier auch noch dreck hinbauen macht es aber nicht da beim aufstehen manchmal die villager darauf springen auf den dreck und der automatisch der farmland dann später wieder zu dreck wird denn jetzt gleich wird natürlich farmland entstehen so dann sucht euch mal so ungefähr die mitte von dem ganzen zeugs ich nehme mal ganz gerne diese mitte hier setzt dann dort einen block hin und bewässert damit diese gesamte anlage ich mache das jetzt einfach ganz einfach so ihr habt natürlich später auch die möglichkeit mehrere wasserquellen zu nehmen ich nehme ganz gerne die slabs weil das wasser jetzt nicht nach unten durchläuft das ist das schöne bei dem design können wir hier wasser einfüllen und anschließend setzen wir darüber den komposter und zwei blöcke über den komposter müssen wir doch mal sowas hier setzen warum damit die villager da nicht drauf springen denn manchmal springen die da drauf und wenn sie wieder runter springen zerstören sie das farmland denn ihr könnt es euch schon denken wir müssen gleich eben diesen ganzen dreck in farmland umwandeln das heißt in beackerbaren boden also einmal mit der sense bearbeiten gehen das tun die villager von alleine nämlich nicht unverschämtheit ehrlich das müssen wir noch für die selber machen so das werde ich jetzt eben schnell mit dem command machen das könnt ihr dann aber auch einfach mit der sense machen ihr kennt euch ja aus mit minecraft so und jetzt bitte kein schreck kriegen ich habe die wachsgeschwindigkeit in dieser welt etwas beschleunigt für dieses video wir füllen das ganze mit farmland replace dirt und schon seht ihr wupp ist das ganze ausgewachsen seht hier sogar reicht gar nicht das wasser aus das heißt das wasser findet gar nicht bis hierhin also theoretisch müsstet ihr jetzt hier eine neue wasserquelle hinbauen das werde ich jetzt aber nicht tun das könnt ihr dann für euch machen also seht zu dass ihr das ganze ding hier gut bewässert ihr könnt auch zum beispiel da in die zwischenräume wasser rein tun so wichtig ist nur dass der zwischenraum nicht so ist also dass hier nur dieses diese kleine kerbe sondern dass das ist wirklich so eine art durchgehender weg ist und damit ihr lieben ist die farm fertig alles was ihr jetzt nur noch machen müsst ist sich ein villager zu besorgen wenn ihr das ganze im survival baut müsst ihr gucken dass ihr zu einem dorf geht ein villager in ein minecart reinsetzt und per minecart den villager dann hierhin bringt so und der villager müsste sich jetzt hinlegen und bekommt automatisch den strohhut auf das bedeutet der villager der sucht jetzt sobald er platziert sucht er einen arbeitsblock in der nähe und findet diesen arbeitsblock das ist jetzt der feste arbeitsblock von diesem villager und er wird zu einem farmer ihr seht wenn ich jetzt diesen arbeitsblock hier weg machen ich setze noch mal hier ein villager hin seht mir der villager wird auch zum farmer wenn ich jetzt allerdings hier ein villager hinsetze dann bleibt der legt sich zwar hin aber ihr seht er wird nicht zum farmer er nicht endlich ein arbeitsblock in seiner nähe vorhanden ist und der arbeitsblock der ist wieder vorhanden wenn ich ihn hier hinsetze und ihr seht zack da ist es zwar ist der villager zu einem farmer geworden jetzt könnt ihr euch überlegen was ihr anbauen wollt oder was ihr anbauen könnt ihr könnt insgesamt vier verschiedene sachen anbauen beetrot also ihr könnt weizen anbauen beetrot ihr könnt carrots anbauen ihr könnt potatoes anbauen also diese vier sachen liefert euch die farm wohlgemerkt ich packe jetzt mal eben das hier hin während er schläft gebe ich jedem der villager etwas davon in die hand damit er dabei arbeiten kann und jetzt geht's los ihr solltet folgendes wissen wenn der tag beginnt passiert erstmal noch gar nichts erst ab tageszeit 2000 fangen die villager an zu arbeiten und sie arbeiten von tageszeit 2000 bis 9000 das habe ich euch am anfang gesagt ihr seht jetzt geht's los die villager fangen an ihre sachen anzubauen und das tun sie nun ganz fleißig und wenn wir jetzt mal in die kiste gucken sehen wir in der kiste ist nichts drin merken muss erstmal denn nun lassen erstmal die villager arbeiten bei den karotten produziert uns der villager karotten bei den kartoffeln produziert uns der villager kartoffeln bei der rote beete produziert uns der villager rote beete und bei dem weizen produziert uns der villager brot der bilder kraft ist für sich selbst sogar zusammen so die farm arbeitet nun das heißt jetzt gerade ist die arbeitszeit die villager sind gut damit stets bemüht hier die ganzen sachen anzubauen und irgendwann nähert sich dann der tag zur tageszeit 9000 bei dieser tageszeit treffen sich die villager bei der nächstgelegenen glocke die hier in der mitte ist und beginnen nun in der mitte miteinander zu quatschen zu tratschen und ein wenig sich über ihre arbeit auszutauschen wir sehen da ist gerade etwas passiert einer der villager ich hoffe man konnte es gerade sehen hat dem anderen etwas essen zugeworfen denn die essen die villager tauschen nun untereinander essen aus durch diesen brillanten setup mit dem minecarts allerdings wird das essen noch bevor es im inventar des anderen da habt ihr es auch wieder gesehen bevor das essen im inventar des anderen villager landet wird das essen abgefangen und kommt hier unten an und die farm produziert euch nun enormst viel ertrag und je mehr farm ihr baut desto mehr produzieren die euch und das ist sie meine damen und herren die ultimative minecraft essen farm ich hoffe ich konnte euch mit diesem tutorial helfen wenn euch das was ich mache gefällt dürft ihr mich gerne abonnieren und gerne einmal das video bewerten schreibt einen kommentar gebt dem video einen daumen hoch wenn ich euch damit helfen konnte und an dieser stelle bin ich aus liebe leute macht's gut bis bald und tschau bis bald Bis zum nächsten Mal.